Ich weiß nicht, Pikachu ist schon sehr klasse, oder? Ja. Sechs Leute und die kleinste Karre. Chibichecks hat mir den geilsten Transfer geordert. Willkommen aus Kamosim. Wir fahren heute nach Maseo, weil die Dudes da heute mal rippen gehen wollen. Das hier ist unser Auto. Wir wollen mit sechs Leuten da hinfahren. Mal schauen, ob es passt. Hallo Hugo. Hey, hello, hi. Jo, tschau, wie geht's dir? Gut. Sehr gut. Heute hat er keine Schmerzen. Oh, tschau. Oh, tschau. Oh, tschau. Oh, tschau. Oh, tschau. Paffee... Tschau. Oh, tschau. Oh, tschau. Boat. Boat. Oh, tschau. Ich hoffe, dass wir eine gute Aktion bekommen. Was hast du für Tricks heute? Ah, ein Double Akono. Double Akono? Ja, lass uns sehen. Der Koffer ist her. Der Koffer ist die Sport der Koffer auf der Koffer. Fertig. R3-K turbo! R4-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5-R5. Daher kommt jemandem an. Die auferze gelir über diesen Video. Daher kommt jetzt nicht mal auf den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.